Das Gesetz ohne Gnade, ein grausames, unerbittliches Gesetz. In den besetzten Ländern organisiert sich der Widerstand. Mit allen Mitteln bekämpfen die Männer, die in die Untergrundbewegung gegangen sind, die deutschen Truppen. Eine Mine wird einen Zug in die Luft sprengen. Soldaten werden sterben. Das ist das Gesetz ohne Gnade. Der Gegenschlag der deutschen Kommandostellen wird blitzartig erfolgen und noch grausamer sein. Ein Exempel muss statuiert werden. Die Schuldigen müssen bestraft werden. Da die Dorfbewohner den Schuldigen decken, werden sie für ihn bezahlen müssen. Das Gesetz ohne Gnade wird das Leben seiner Menschen auslöschen. Achtung! Achtung! Die deutsche Feldkommandantur gibt bekannt. Falls sich bis heute 16 Uhr derjenige nicht stellt, der in der vergangenen Nacht den Anschlag auf dem Zug verhebt hat, werden an seiner Stelle 30 Geiseln erschossen. Das stimmt. Das ist das! Das stimmt. Das stimmt. Die deutsche Feldkommandantur gibt bekannt. Falls sich bis heute 16 Uhr derjenige nicht still, der in der vergangenen Nacht den Anschlag auf den Zug verübt hat, werden an seiner Stelle... Mirko, Mirko. Nein, nein, Mirko, nein. Olga, ich muss es tun. Nein, Mirko, du bist Soldat. Du hast selbst gesagt. Nicht doch, Olga, darum geht es jetzt nicht mehr. Sie werden einen unschuldigen Menschen... Du hast gesagt, du hast auf Befehl gehandelt, Mirko. Ich flehe dich an, Mirko, bleib hier. Ich bin deine Frau, ich lasse dich nicht gehen. Bleib, Mirko, bleib. Ich lasse dich nicht fort. Ich flehe dich an, Mirko, bleib hier, Mirko. Mirko, Mirko! Das Gesetz ohne Gnade. Ein Film von niederschmetternder Offenheit. Ein erschütternder Zeugenbericht. Eine leidenschaftliche Anklage gegen die widersinnigen Grausamkeiten der Menschen untereinander. Das Gesetz ohne Gnade ist ein Drama der Menschheit. Die schwere Gewissensentscheidung eines Mannes. Ein Film voll hoher Menschlichkeit. Mit den Darstellern Mel Ferrer, Peter Van Eyck, Magalie Noël, Jean Desailly und André Josselin. Das Gesetz ohne Gnade. Ioan Profire, Peter Van Eyck.